hallo leute willkommen hier zurück bei battlefield 5 jetzt können wir hier endlich die bomben anlegen das war ja ein ganz schön krasser part letztes mal hier an so eine stuka die bombe platzieren wo ist denn hier der punkt eigentlich wo ich den treffen soll war das immer gut da dürfte ja eigentlich nichts mehr los sein oh gott wo your bombs almost killed me yeah that's because my bombs went off what about yours we're not gonna go up any second which is jesus christ bridget did you plant your bombs or not wait for it i'm telling you now these explosive deals they better be really fucking special eight four eight bridge are you second now oh sweet jesus sweet jesus here we are up fritz's shitter and i ask you to do one thing one fucking thing that you tell me that you're a big expert can i just say it no you can't what the fucking hell was that i've occasion you're teasing problems teasing problems don't make me fucking laugh i could have done that with a fucking light breeze a speck of rain or aah aah boah krass flugabwehr an welche ooo yo zeigt mir doch das ziel eh m Alter, das geht gar nicht hier. Hahaha, verpiss dich. Jetzt habe ich aber, jetzt habe ich aber, Alter, jetzt habe ich ja gar keine Deckung. Nein. Ich warte mal hier. Hey, oh mein Gott. Soll ich echt in das Lager rennen? Das schaffe ich doch nie. Komm ich hier da drüber? Okay. Ha. Hey, sind hier gar keine Soldaten mehr. Warte mal. Feindliche Fässer. Ich glaube, das war doch irgendwie eine Herausforderung, oder? All right, you boccher boccher. Let's see what you've got. Alter Schwede. Wo ist er? Hä? Oh, das war's. Nur ein? Okay. Warum ruckelt das jetzt hier? Jesus Christ, Bridger, das war unglaublich. Dankeschön, ja, du bist willkommen. Du bist ein schade. Ich? Du bist derjenige, der sich selbst schockt voll von Hals, in Schaaf. Ja, wegen dir, du schockt. Hör, ich war ganz schön in prison, mate. Ich war nicht auf jemanden, ich war nicht auf jemanden, ich war nicht schockt. Du kommst, das ist deine schade. Das ist für mich. Du hast das schade. Du willst, zuerst zu bezahlen? Dann musst du dich aufhören, Alter. Du verstehst du mich? Halt, wer seid ihr? Verslufte Scheiße! Du musst, das nächste Mal machen, aufhören. Ja. Du musst, das nächste Mal machen, aufhören? Ja. Ja. Du musst, das nächste Mal machen, aufhören? Ja. Du bist gut? Ja, natürlich bin ich. Listen. Geh das. Das geht mit allem. Alles. Okay. Ich werde es nach unten und fertig. Ich werde dir ein paar Hilfe. Ich werde dir das Thema halten. Ja, mach das, und dann sehen wir. Ich werde ein bisschen kip in der Brüche. Keine Zeit bei mir. Geh. 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 Ich habe nach unten. Ich habe mich frei. 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 Ich muss mich frei. Oh, dieses Drecksgerät schon wieder. Die Waffe ist so scheiße. Ich hätte gerne ein richtiges Scope. Was ist das? Eine Schrotflinte. Bringt mir auch nichts. Ja, schauen wir mal. Also, ein Ziel ist da unten. Eins da, eins da. Das ist das Kürzeste. Und das machen wir. Ich glaube, das war das Dorf. Aber vielleicht zuerst mal mit dem Fernglas ein bisschen glotzen. Geht doch da hoch, Mann. Siehst du? Da unten ist nämlich Action. Ich glaube, dass so ein generelles Problem ist hier... Äh, sind diese Alarmanlagen... Ist das so eine? Was ist das denn? Boah, krass. Eine mega Antenne. Auch eine gute Frage, ob die Hubschrauber... Hubschrauber, sag ich schon... Äh, die Flugzeuge mich sehen. Boah, es gibt bei War Thunder jetzt Hubschrauber. Ich habe ja noch keinen. Habe ich auch noch nie gespielt. Also aufgenommen. Gespielt habe ich das schon, äh... Ziemlich oft. Ah, das war die Radaranlage, was ich da gerade gesehen habe, ne? Da ist ja gar keiner. Ich denke gerade so ein bisschen auch wieder an, ähm... Rainbow Six... Wildland, oder... Tom Clancy's... Wildland... Mit den ganzen Narcos, weil, äh... Ne, wisst ihr vielleicht, gibt ja auf Netflix Narcos... Mexiko, richtig gut. Boah. Okay, los, Fritz. Das war knapp, Alter. Die saßen hinten drin und haben mich gesehen. Noll. Fast. Der ist auch richtig stehen geblieben. Das war ja richtig cool gemacht. Vor langsam gefahren, so verdachtgeschöpft. Nicht schlecht. Ey, cool, dass er auch aussieht hier. Ich habe nur ein Problem. Ach, der ist ja immer noch auf... Vorsicht. Vorsicht. Der scheint mich echt zu suchen. Ja, der kommt auch hier in die Richtung. Also, besser gesagt, geht er da in die Richtung, wo er mich vorhin gesehen hat. Also, hier den Berg hoch. Oh nein, da ist ja auch viel los. Dorf-Aussichtspunkt. Ehrlich gesagt, der da drüben macht mich so ein bisschen nervös. Dass der mich sehen könnte. Da kommt wieder ein Auto. Oh. Warte mal. Der fährt... Die Topfen nicht hier hoch. Komm. Ja, sehr schön. Was haben wir denn da? Das ist dieselbe, ne? Na toll. Die hat nur mehr Schuss. Hallo? Ich will da in die Kiste. Mein Gott. Kletter doch da drüber. Ich weiß nicht. Egal. Die hat mehr Schuss. Das ist die Hauptsache. Gefällt mir eigentlich nicht. Cooler Ofen. Echt. Ja, und jetzt? Ist auch geil. Aua. Aua. Ich will da reinkommen jetzt so. Ohne weiteres. Oh, nee. Muss ich da oben drauf? Das ist ja... Toll. Ich schmecke mal einen Köder da hinten hin. Juckt die bloß nicht. Boah, das ist doch nervig. Ja, geht mal nachsehen. Warte. Oh, da dreht er sich um. Hallo? Der kommt jetzt hier her, oder was? Warte. Na, Kampf. Wo willst du denn hin? So genau. Oh, das war knapp. Der war knapp. Alter, wie habe ich das Ding hingekriegt? Mehr Glück als Verstand. Aber wenn ich wenigstens eine... Ich weiß nicht. Die hier? Die ist bestimmt laut, oder? Sag ich doch. Egal. Hoffentlich geht das Ding diesmal hoch. Ui. Warte, ich will sehen, wie das hochgeht. Alter, das klang aber... Cool. Die Waffe ist gar nicht mal so verkehrt. Oh, nein. Wahrscheinlich muss ich nur das Kampfgebiet jetzt verlassen. Damit die mich nicht mehr suchen. Ist da einer? Ne. Guck mal, da triffst du ihn in den Kopf. Okay. Ich glaube, das Problem ist nur, dass ja hier überall Gegner sind. Boah, ich will mal hier runter. Kommt da noch was? Alles ruhig. Alles ruhig. Alles ruhig. Boah, es sind echt große Maps hier. Warte mal, die ist vielleicht sinnvoller. Ist aber verdächtig hier, dieses Plateau. Oder dieses Tal, besser gesagt. Wenn hier irgendwo einer mit der Scope steht, bin ich hier am Arsch. Ja, komm einfach schnell durch. Irgendwie eine Drohne wäre cool. Wann weißt du, dass doch ausgerechnet der Eingang vorne sein muss, wo die Idioten stehen. Ah. Wuh, einfach mal reingeschlichen jetzt. Guck weg Alter ich muss hier raus Mein Gott Warum stand er jetzt plötzlich da Okay Leute Das war's für heute Weiter geht's zum nächsten Part Danke fürs Einschalten Hau drin bis dahin Tschüss Ja Schall gedämpft Könnte ich gebrauchen Tschüss